Die Zahlen der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken für das Geschäftsjahr 2015 können sich sehen lassen. 5% Wachstum bei der Kreditvergabe, fast 5% mehr Kundengelder, die die Sparer den Instituten anvertraut haben. Und das trotz Niedrigzinsen der EZB. Unterm Strich stand ein Ergebnis vor Ertragssteuern von 1,3 Milliarden Euro. Aus Sicht der Institute besonders erfreulich, das Provisionsgeschäft legte kräftig zu und die bayerischen Kreditgenossenschaften konnten ihre Eigenkapitalbasis weiter verbessern. Während das Kundengeschäft weiterhin gut läuft, machen den Volksbanken und Raiffeisenbanken Regulierungsvorhaben das Leben schwer. Verbandsvorstand Jürgen Groß sprach auf der Bilanzpressekonferenz in München von einem neuen Zentralismus in Europa und nannte als Beispiel die von der EU-Kommission geplante gemeinsame europäische Einlagensicherung. Neben der Zentralisierung spüren unsere Mitgliedsbanken einen zweiten Trend mittlerweile sehr deutlich, nämlich zunehmenden Dirigismus. In ihre Geschäftspolitik wird aufsichtsrechtlich immer tiefer eingegriffen. Und das begrenzt ihre unternehmerische Freiheit. Und auch dort, wo Geschäftsmodelle nachweislich seit Jahrzehnten solide und erfolgreich sind, spüren wir immer tiefere Eingriffe der Aufseher. Die ständig wachsenden Meldeanforderungen sind insbesondere für Regionalbanken eine erhebliche personelle und finanzielle Belastung. Und zunehmend, das will ich auch deutlich sagen, wird die Regulierung auch zur Belastung unserer Kunden. Der Genossenschaftsverband Bayern fordert deshalb eine Qualitätskontrolle in der Finanzmarktregulierung. Die Verhältnismäßigkeit bei den Vorschriften müsste sichergestellt werden und die Belange kleiner Banken müssten stärker berücksichtigt werden. Nur dann könnten die Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre Aufgabe als verlässlicher Finanzdienstleister für Sparer und Mittelstand auch in Zukunft erfüllen.